so meine freunde des bastelns und der modellbahn erster weihnachtsfeiertag was machen wir schönes aus langeweile basteln wir wurden ja letztens so unsanft von der speicherfähigkeit meiner kamera unterbrochen deswegen geht es jetzt weiter ich habe oder bin gerade dabei erster anstrich schwarz was ich letztens noch dazu sagen wollte also weinert hat sich dabei was gedacht und hier hinten befindet sich ein kipp lager fahrwerk wie soll ich das erklären dieses gesamte bauteil dreht sich um diesen kleinen draht der hier und hier drin steckt kann man das überhaupt sehen also es kann ein bisschen hin und her schwanken und soll eine drei punkt lagerung des gesamten wagens ergeben also eine achse starr eine leicht beweglich und dadurch kann sich der wagen über leichte schienenstöße unebenheiten besser hinweg bewegen naja das ist knifflig dazu wollte ich bloß sagen also an diesem wie soll man das nennen achslager wagen wie auch immer muss man rechts und links kräftig befeilen dass da überhaupt sich da drinnen noch bewegt dann sind die enden von diesem träger sage ich jetzt mal hier unten wo der finger hin zeigt auch zu befeilen und zwar anzuschrägen um die kippel fähigkeit überhaupt erst mal herzustellen also da das teil und das bauteil dasselbe sind muss man ja an diesem bauteil eben kräftig feilen damit sich sie überhaupt bewegt zweitens mal die aufhängung von diesen federn ist sehr vorbildgerecht dargestellt demzufolge schlagen die sofort auf diesen vorhandenen trägern auf also das heißt massiv abfeilen hier drüben es ist schon schwarz lackiert also das sieht man da jetzt gar nicht mehr das ist mir jetzt auch aufgefallen wo schön alles grundiert war konnte man jede einzelheit sehen und jetzt verschwindet alles in schwarz wie gesagt farbe ist noch leicht feucht auch da unten ein paar feiertage gelassen wie gesagt ich mach's mit pinsel was soll's es ist bloß ein güterwagen vielleicht muss da noch mal leicht mit rostfarbton gratiniert werden damit überhaupt diese ganzen träger zu sehen sind was ich auch nicht noch erzählt oder erwähnt habe das sind so eine art träger elemente das heißt dass unten der gesamte wagenbogen ein bauteil ist aus dünnem blech und hier oben noch mal schmale bauteile aufgeklebt werden das war auch ein bisschen futzlig dadurch entsteht diese träger optik wie demzufolge auch dieser streifen der hier drauf ist der ist auch einzeln drauf geklebt ok das war jetzt erstmal das das wollte ich bloß noch mal sagen dass das ebenso ein wipp lager ist ganz raffiniert eigentlich ja diese räder werden natürlich auch noch komplett geschwärzt lassen wir jetzt die farbe ein bisschen trocknen und dann sehen wir uns beim nächsten mal meine freunde